so hallo und willkommen zur let's play trespasser teil 17 10 schüsse doch ich hatte gerade das problem da blieb das gewehr stecken deswegen habe ich die aufnahme neu gestartet mir jetzt wahrscheinlich schon gemerkt hat ich werde sieben minuten parts machen weil das geht soweit ganz gut und ich werde weniger hüpfen da manche leute es gestört hat dass ich so viel rum hüpfen eigentlich hätte die tricks den triceratops jetzt schon fressen müssen das habe ich vielleicht ein problem habe ich ein problem das ist das witzige an dem spiel ist überrascht denn immer wieder weil manchmal manchmal töten sich die dinos manchmal bekämpfen sie sich manchmal passiert gar nichts ich weiß dass davon nichts kommt kann ich in ruhe zurückschauen als sie jedes mal wird es immer gespielt habe war es so der t-rex hat die triceratops getötet man konnte einfach aus umgehen diesmal nicht so ist aber nicht so schlimm man muss es bloß aufpassen ist nicht zufällig in die die dementsprechend richtung kommt und ein frisst ich probiere mir das hüpfen ab zu gewöhnen denn mir hat einer geschrieben ich glaube kosch 2011 wenn ich den namen falsch ausspreche bitte sagen ihnen hat das gehöpfen ein bisschen genervt es geht ein bisschen auf die atmosphäre verstehe ich ich werde nur noch hüpfen wenn es sein muss oder wenn es ja sprich für sich selbst da links könnte man runter springen aber man stirbt nach zehn metern eigentlich geplant ist dass man hier durchgeht die kombination ist hier das ist nicht 10 18 sondern 81 01 das ist nämlich spiegelverkehrt weiß müssen die busfahrer lesen können jetzt gehe ich aber kurz unbenutzt mal schön was darf ich denn immer für ich bleib bei der hier so ja ähm für leute die sich gewundert haben weil es letzte der haupthafen für ort b der geruch von salzwasser und benzin ja ähm was sagen wird für leute die sich wundern warum der übergang so ein bisschen seltsam ist zwischen dem vorherigen level und dem level ähm also vom das vorherige war das mit dem damm ähm es ist so eigentlich sollte dazwischen anscheinend noch ein level sein wenn man die demo spielt ähm wo ist er da wenn man die demo spielt sieht man ein level was nicht im spiel vorkommt und das ist anscheinend das geplante level 5 ursprünglich gewesen es gibt auch ein ladebildschirm so ach komm ach komm so hier hinten liegt nämlich ne Waffe na komm was zum ok ok das ist mir bis jetzt auch noch nie passiert aber das dürfte nicht so schlimm sein unbenutzt aber das war jetzt schon etwas seltsam naja egal spielen wir weiter so denn hier drinnen auf dem klo ist die gelbe zugriffskarte unbenutzt und so ich mal man muss echt sagen dieses spiel ist manchmal total unberechenbar es gibt nur eine sache der man sich sicher sein kann in gebäuden ist niemals ein dinosaurier man braucht sich hier auch nicht groß umschauen denn es ist in dem stockwerk in einem raum eine tafel zwei deutsche techniker wurden beschuldigt den ort heimlich mit wichtigem forschungsmaterial verlassen zu haben die tür klemmen auch immer schön es gibt ja eigentlich nichts zu sehen aus ab und zu mein tisch und stuhl aus ich glaube hier war es und ein grafikfehler habe ich jetzt genau auf die falsche seite sie hatten vor gehabt in den haupt computer raum einzubrechen und einige der dort gespeicherten daten zu stehlen ein beweis dafür wurde nie gefunden hier steht david die karte ist im atlantik jetzt denkt man sich atlantik im meer wird wahrscheinlich nicht gemeint sein man hört hier schon ein schnaufen ist ein t-rex der hinter dem gebäude